Hallo, ich möchte mich zunächst ganz herzlich bei euch bedanken für das tolle Feedback und auch für die große Resonanz, die das Video RumeQ Wizard zum Einmessen von Lautsprechern gefunden hat. Es entstand nämlich spontan zunächst nur deswegen, weil ich durch Corona eine Gruppe von Interessenten nicht besuchen konnte. Ja, und dann habe ich gesehen, dass durchaus Interesse daran besteht und dass auch weitere Videos gewünscht sind. Dazu kommt es jetzt endlich. In diesem Video geht es darum, dass ich euch zeigen möchte, wie ihr den Pegel und die Phasenlage von einem Subwoofer so abstimmt, dass ihr an der Übergangsfrequenz zu den Lautsprechern einen möglichst linearen Frequenzgang erreicht. Und los geht's! RumeQ Wizard findet ihr, wie bereits bekannt, unter rumicuvizard.com. Ihr benötigt außerdem ein Audiointerface oder eine Soundkarte mit einem Ein- und einem Ausgang und ein Messmikrofon. Ihr könnt auch durchaus die preiswerteren Mikrofone verwenden. Sie liefern im für uns wichtigen Bassbereich absolut ausreichend präzise Ergebnisse. Wir konfigurieren jetzt kurz RumeQ Wizard für unsere Messung. Unter Preferences wählen wir den Treibertyp aus, also ASIO oder Java. Die meisten professionellen Audiointerfaces bieten ASIO-Treiber an. Dann wählen wir unser Gerät aus und wir bestimmen den Ausgang und den Eingang, an dem wir das Messmikrofon anschließen. Achtet darauf, dass ihr die Phantomspeisung einschaltet, wenn euer Messmikrofon ein Kondensatormikrofon ist. Es ist diesmal wichtig, dass der Sweep vom gesamten System wiedergegeben wird, also einschließlich des Subwoofers. Bei Subwoofern mit integriertem Bassmanagement ist es so, dass ich meine Quelle am Subwoofer anschließe und von dort gibt es dann Ausgänge, die zu den Lautsprechern geführt werden. Für die Messung schicken wir den Sweep also zunächst auf einen Eingang des Subwoofers und verbinden dann den korrespondierenden Ausgang mit einem eurer Lautsprecher. Ganz wichtig, die Phasenlage können wir nur mit einem Lautsprecher abstimmen. Ich wähle normalerweise den Lautsprecher, der näher am Subwoofer steht. Ein Hinweis noch zur Positionierung des Messmikrofons. Manche Mikrofone sind auf das Diffusfeld abgestimmt. Diese sollten nach oben zeigen und andere Mikrofone solltet ihr einfach auf den Lautsprecher ausrichten, am besten auf die akustische Achse, die zum Beispiel bei Zweiwegsystemen zwischen Hoch- und Tieftöner liegt. Ja und jetzt klicken wir auf Measure. Ihr könnt den Bereich des Sweeps für eure Messung einstellen. Wir nutzen hier einfach 20 Hz bis 20 kHz. Und jetzt müssen wir noch den richtigen Pegel des Sweeps einstellen. Wir prüfen das zunächst mal. Und wie ihr seht, momentan ist der Pegel noch zu niedrig. Ihr habt jetzt mehrere Optionen. Ihr könnt den Pegel des Sweeps erhöhen, ihr könnt eure Messmikrofonempfindlichkeit ändern oder ihr könnt einfach, was ich jetzt hier mache, den Ausgangspegel eures Interfaces erhöhen. Ja und jetzt ist soweit alles in Ordnung und wir können mit der Messung beginnen. Wie ihr seht, habe ich schon ein paar mehr Messungen gemacht, um euch Unterschiede aufzeigen zu können zwischen verschiedenen Einstellungen. Wir wollen jetzt zunächst mal dafür sorgen, dass wir wieder etwas klarer erkennen, was hier eigentlich passiert. Und obwohl wir uns mit der Phasenlage beschäftigen, deselektieren wir die Phase hier zunächst. Gleichzeitig nehmen wir wieder eine Glättung vor, zum Beispiel eine Zwölftel Oktav, die uns immer noch genug Auflösung im Bassbereich bietet, aber grundsätzlich leichter lesbar wird. Und ich setze mir hier auch wieder eine Referenz, um die beispielsweise der Mitten- und der Höhenbereich sich bewegt. Und ich sehe deutlich, ich habe hier schon eine relativ gute Linearität, aber deutliche Abweichungen im Bassbereich durch Einflüsse von stehenden Wellen im Raum. Wie ihr solche Einflüsse jetzt kompensieren könnt, darum geht es in diesem ersten Video, was es bereits gibt, wo ich euch zeige, wie ihr mit Room EQ Wizard Filtereinstellungen ermitteln könnt, um beispielsweise mit externen EQs oder auch Plugins genau diese Einflüsse kompensieren zu können. Damit es jetzt leichter wird, unterschiedliche Effekte zu sehen, habe ich hier auch eine kalibrierte Version vorliegen. Diese entstand mit unserem GLM-System, mit dem wir eben mit internen DSP-Filtern in Genelec-Monitoren eine Linearisierung vornehmen können. Und ihr seht, im direkten Vergleich haben wir jetzt hier im Bassbereich schon eine sehr gute Linearisierung hinbekommen. Das wäre jetzt auch ein Ergebnis, was für euch erstrebenswert wäre. Wir haben nämlich im Bereich der Übergangsfrequenz, die beispielsweise bei diesem Subwoofer bei 85 Hz liegt, einen relativ linearen Übergang. Ich sage bewusst relativ, weil wir hier natürlich einen kleinen Dip sehen. Wir werden aber gleich sehen, dass der schon im Frequenzverlauf des Lautsprechers gegeben ist. Ich habe euch, um das zu zeigen, jetzt auch den Subwoofer und die Lautsprecher mal separat gemessen. So sieht der Frequenzgang des Subwoofers aus. Und ihr seht, an der Übergangsfrequenz kommt dann der steilflankige Abfall. Und so sieht der Frequenzgang der Lautsprecher aus, der ab der Übergangsfrequenz übernimmt. Dieser Übergang sollte vom Design her gut realisiert sein. Und wie gesagt, viele Subwoofer haben dafür einfach eingebaute Crossover-Filter. Und ihr seht eben jetzt, auch der Lautsprecher hat hier schon einen kleinen Einbruch. Im Bereich 100 bis 120, 130 ist das ganz oft ausgelöst durch eine Fußbodenreflexion oder auch eine Deckenreflexion. Das heißt, man kann da relativ wenig machen. Ein Hinweis zur Aufstellung. Subwoofer bitte immer möglichst wandnah platzieren, einfach um Auslöschungen durch Wandreflexionen zu reduzieren. Konkret eine Auslöschung durch die Wand hinter dem Subwoofer. Und auch Lautsprecher profitieren oft davon, gerade wenn sie einmessbar sind oder eben DIP-Schalter bieten, dass man sie wandnah aufstellt, weil auch dann eben die Rückwandreflexion, also eine Reflexion an der Wand hinter dem Lautsprecher, unterbunden wird. Der Vorteil von einem System mit Subwoofer kann aber zum Beispiel sein, dass ihr den Subwoofer wandnah aufstellt. Dann bekommt ihr hier einen linearen Frequenzgang. Und dann könnt ihr mit den Lautsprechern, falls ihr möchtet, durchaus etwas näher zu euch, also weiter von der Wand weg. Einfach deswegen, weil eine Auslöschung, die dann im Lautsprecher passiert, zum Beispiel jetzt bei 70 Hertz oder bei 60 Hertz, kompensiert wird dadurch, dass der Subwoofer in diesem Bereich arbeitet. Also durchaus eine Option, Subwoofer nah an die Wand und Lautsprecher etwas näher zu euch. Ansonsten ist es auch gar kein Problem und eine gute Grundsituation, wenn auch die Lautsprecher durchaus wandnah aufgestellt sind. Und die angesprochene Auslöschung durch einen Fußboden muss man einfach bis zu einem gewissen Maß akzeptieren, weil, wie gesagt, wir können schlecht einen Gitterfußboden einziehen, wie er in schalltoten Räumen gebräuchlich ist. Auf irgendwas müsst ihr sitzen. Wir schauen uns jetzt zunächst mal den Pegel des Subwoofers an. Ich gehe nochmal zurück zu unserer Referenz. Und jetzt schalte ich euch mal eine Option ein, in der der Subwoofer zu laut ist. Ihr seht deutlich, wenn wir jetzt mal die Referenz hier runterziehen, das sind die Mitten und Höhen vom Lautsprecher. Und der Subwooferanteil steigt hier sehr deutlich an. Das kann jetzt für Clubmusik oder auch für ein Clubfeeling genau das sein, was ihr wollt, dass es nämlich ordentlich im Bassbereich schiebt. Wenn ihr aber produziert und mischt, ist es normalerweise sinnvoller, eine eher linearere Abstimmung vorzunehmen. Das kann durchaus bedeuten, dass ihr von eurer Zielkurve einen leichten Abfall habt. Das heißt, dass der Bass und der untere Mittenbereich etwas mehr angehoben sind im Vergleich zu Mitten und Höhen. Aber wie gesagt, grundsätzlich eine lineare Basis ist sehr gut, damit ihr sicherstellt, dass eure Musik und eure Produktion auf verschiedenen Systemen in verschiedenen Räumen gut funktionieren. So wird es aussehen, wenn der Subwooferanteil zu niedrig ist. Auch hier die Referenz wieder auf Mitten und Höhen vom Lautsprecher gesetzt. Und dann seht ihr, der Subwooferanteil fällt deutlich ab. Was ihr jetzt tun könnt, ist den Subwooferpegel entsprechend einstellen. Viele Subwoofer haben dafür kleine Drehregler, die auch als Empfindlichkeitsregler bezeichnet werden können. Oder ihr könnt natürlich auch Regelmöglichkeiten der Lautsprecher nutzen. Auch da gibt es manchmal Drehregler oder auch DIP-Schalter. Jetzt nochmal zurück zu unserer Referenz. Jetzt geht es um die Phasenlage. Und dafür gibt es bei vielen Subwoofern eben auch Schaltmöglichkeiten, die zum Beispiel mit minus 90 Grad bezeichnet sind, minus 180 Grad. Manchmal Kombinationsmöglichkeiten, dann für minus 270 Grad. Und so kann man letztlich die Phasenlage zwischen Subwoofer und Lautsprecher aufeinander abstimmen. Hier in unserer Referenz sehen wir, dass dieser Übergang relativ linear ist. Wie gesagt, vorhin angesprochen, dieser kleine Einbruch hier kommt vom Lautsprecher. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussehen würde bei einer Phasenlage mit minus 90 Grad. Und jetzt seht ihr, jetzt ist dieser Einbruch hier schon deutlicher. Also nochmal im Vergleich die grüne Kurve. Und braun ist jetzt eben minus 90 Grad. Wenn ich jetzt eine weitere Schaltmöglichkeit dazunehme, zum Beispiel minus 180 Grad, seht ihr, dieser Einbruch wird noch extremer. Also von diesen drei Settings wäre momentan die Einstellung mit der Phasenlage minus 180 die ungünstigste, die ihr auch vermeiden solltet. Und natürlich ist diese Phasenlage immer davon abhängig, wie ihr aufstellt. Also es kann Fälle geben, wo diese minus 180 Grad Phasenlage genau die richtige für euch ist, weil ihr dann nämlich einen linearen Übergang bekommt. Es kann auch Fälle geben, wo die minus 90 richtig ist. Und natürlich, es kann auch vorkommen, dass ihr gar keine Phasenlage ändern müsst, sondern mit 0 Grad alles schon genau so aussieht, wie wir es eigentlich möchten, nämlich möglichst linearisiert. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Messen und Optimieren und natürlich vor allem viel Spaß beim Mischen, Produzieren und Hören von Musik. Bis bald!